So, guten Morgen zusammen, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Die Frage ist, ist es unser letzter Shop? Denn, wenn wir mal genau hingucken, am 19. März, also heute, ist die Season eigentlich zu Ende. Die Frage ist nur, wann sie startet, gefühlt, man weiß einfach gar nichts. Aber denkt dran, nutzt eure Battle Pass Sterne, damit ihr auch alles freigeschaltet habt, denn die werden ja wieder komplett zurückgesetzt oder wir bekommen ein komplett neues System. Also denkt dran, guckt euch, dass ihr auch alle Masken eingesammelt habt und was es alles sonst noch so gibt, ob ihr beim Fundament vielleicht noch die Ein- oder Aufgabe machen könnt. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Shop rein, aber ich muss direkt schon sagen, heute ist gar nichts Besonderes drin, gefühlt. Denn es ist natürlich alles wie beim Alten, zack, wir gehen ganz oben hin. Es sind einmal die kompletten Superhelden da, man könnte jetzt behaupten, ja, überleg mal, warum Superhelden, richtig, es soll mit Marvel weitergehen. Gefühlt besteht inzwischen Fortnite, eigentlich kannst du es auch Marvel nennen, einfach Marvel-Fortnite. Gefühlt ist jeder Skin schon drin und hast du nicht gesehen, aber wir werden einfach mal gucken, was so reinkommt. Dann haben wir nochmal die Helden-Ausrüstung, dann die Rote Ritterin, ihre Hacke, dann der Mopser ist wieder drin, die Wundetasche, der Kaulknochen, dann auch noch die passende Tarnung dazu, dann Delirium ist wieder drin, die Barfuß-Ermittlerin, Stab des Zauberbands, dann Hypnotisch, ne, Hype-Nottisch. Also ich würde sagen, gehypt sind wir ja schon alle, aber das Problem ist, wir wissen halt einfach gar nichts. Und dann noch das Im- Was ist das für ein Anzeigefehler? Habt ihr schon mal euer Emote so angezeigt bekommen? Wie krank ist das denn? Loy. Also, ne, er bleibt so. Okay, kann man machen. Dann halt monatischen Paket, denkt dran, heute ist wahrscheinlich der letzte Tag, wo ihr euer Level holen könnt mit dem Paket. Dann Naruto komplett wieder drin, genauso wie gestern halt schon. Dann die ganzen Pakete. Jo, mehr gibt es eigentlich heute gar nicht zu sagen, weil heute ist halt so ein bisschen nach dem Motto, ne, spart eure V-Bucks, morgen kommt eine neue Season, da könnt ihr euer Geld ausgeben und denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne yt-femdeck. Ich bin jetzt erstmal raus. Euch auf jeden Fall einen schönen Samstag und in dem Sinne, haut rein!